Hi Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video. Wisst ihr, was ich witzig an YouTube finde? Dass man wirklich den Leuten nur das zeigen kann, was man ihnen zeigen möchte. Ich sitze hier nämlich gerade und sehe, wie unordentlich es um mich herum ist, was normalerweise nicht der Fall ist. Ich hatte gerade nämlich am Wochenende einen Stand verkauft mit meinen Kerzen. Der Tag lief für mich sehr, sehr gut und ich habe es ehrlich gesagt nach diesem Wochenende, weil es, obwohl es nur sechs Stunden waren, ich habe mich so erschöpft gefühlt, dass ich danach bisher noch nicht aufgeräumt habe. Und ehrlich gesagt, lohnt sich das auch nicht wirklich. Ich lasse die Kisten hier alle so stehen, weil am 7. Dezember gibt es den nächsten Stand, den ich mitmache. Und dann nochmal am 21. Dezember. Deswegen wird es wahrscheinlich die nächsten zwei Monate chaotisch aussehen. Wie auch immer, Freunde, in diesem Video geht es nicht darum, es war ein bisschen Smalltalk, was ja sehr ungewöhnlich ist für mich. Ich habe ein Video gesehen am Wochenende und das hat mich wirklich schockiert. Ich habe ehrlich gesagt so krass Angst gehabt für diese Frau. Es geht um den Iran. Da gibt es eine Frau, die sich einfach nackt ausgezogen hat und so auf der Straße rumgerannt ist, beziehungsweise sich da hingesetzt hat und rumgegangen ist und sich quasi nicht stören lassen hat. Und dann sehe ich im Internet überall schreiben Leute, dass es eine Frau, die arme, die psychisch krank ist. Die psychisch krank ist, deswegen hat sie sich nackt auf der Straße ausgezogen. Und es ist mehr als wichtig, dass ich dieses Video mache, um aufzuklären, dass diese Frau nicht psychisch krank ist. Ich glaube, die meisten haben bisher immer noch nicht mitbekommen, was eigentlich im Iran los war oder immer noch ist. Ich habe vor fast zwei Jahren ein Video zu Masa Armini gemacht und das hat ja die Welle losgetreten, weshalb es eine Revolution im Iran gab, wo Frauen ihre Kopftücher verbrannt haben. Im Iran gibt es eine Kleiderverordnung, wie Frauen sich kleiden müssen. Es steht ihnen nicht frei, selbst zu entscheiden, wie sie sich kleiden wollen, sondern es wird ihnen vorgeschrieben. Heilen sich diese Frauen nicht daran, werden sie bestraft. Diese Strafen fallen nicht milde aus, Leute, sondern diese Frauen werden sehr häufig brutal zusammengeschlagen, vergewaltigt und am Ende sogar noch umgebracht. Genauso wie es in dem Fall von Masa Armini war, die ums Leben gekommen ist. Sie war gerade mal 22 Jahre alt, die ermordet worden ist. Sagen wir das mal so, okay? Um es korrekt zu sagen. Es gibt Sittenwächter im Iran, die auf der Straße rumlaufen und halt überprüfen, dass die Frauen sich dementsprechend anziehen. Wenn Frauen ihr Kopftuch vielleicht zu weit hinten haben, gehen sie zu der Frau hin und sagen, zieht ihr dein Kopftuch richtig an. Oder sei es, eine Frau läuft mit Spaghetti-Träger-Trop rum. Dies wird nicht nur ermahnt, sondern ehrlich gesagt auch bestraft. Und im Iran ist es nun so, dass es landesweit Frauen gibt, vor allem junge Frauen, die immer wieder diese Vorschriften bewusst ignorieren, um eben dagegen zu protestieren. Nur weil es damals diese Riesenaufruhe im Internet gegeben hat und jetzt nicht mehr oder so ruhig geworden ist, das heißt nicht, dass das Thema immer noch nicht aktuell ist, sondern Frauen im Iran kämpfen immer noch für ihre Rechte eben frei bestimmend leben zu können. Und ich möchte hier einmal ausdrücklich erwähnen, weil es immer wieder Menschen gibt, die diese ganze Story falsch verstehen wollen oder irgendwie so ein Made-up-Thing in ihrem Kopf machen wollen. Falls jetzt irgendjemand schreiben sollte, ja, das sind immer die gleichen, die unterdrückt werden, die Kopftuch tragen. Nein, nicht alle Frauen, die Kopftuch tragen, fühlen sich unterdrückt oder werden unterdrückt, sondern es sind immer die, die zum Beispiel für sich eine andere Entscheidung gerne treffen wollen würden, aber ihnen es quasi verwehrt wird, weil ein anderer ihnen etwas aufzwingt, was sie eigentlich nicht wollen. Erst dann reden wir von einer Unterdrückung. Okay, wenn es Frauen gibt, die kein Kopftuch tragen möchten, aber sie müssen es tun, dann werden diese Frauen ganz klar unterdrückt, weil sie nicht frei bestimmt leben können. Genauso wie zum Beispiel als Beispiel in Frankreich, wenn eine Frau komplett verschleiert rumlaufen will und diese es aber vom Gesetz nicht darf, Wenn Frauen ihre Religion nicht selbstbestimmt ausleben dürfen und ihr Kopftuch oder ihr Schleier oder was auch immer tragen wollen, dann werden diese genauso unterdrückt. Okay, ich möchte das hier einmal erwähnen und das ist ganz wichtig, dass Leute das verstehen, weil es immer so oft zu Missverständnissen führt. Wenn ihr das nicht verstanden haben solltet, schreibt gerne in den Kommentaren, dass ich das nicht genügend oder ausreichend erklärt habe oder wiederholt einfach nochmal die Spur, was ich eben gesagt habe. Bisher war nur im Iran bekannt, dass Frauen sich die Kopftücher vom Leib gerissen haben, also vom Kopf gerissen haben, aber bisher war gar kein einziger Fall bekannt, wo eine Frau einfach halbnackt auf der Straße zu sehen ist. Als ich dieses Video gesehen habe, wie ich eben schon gesagt habe, ich hatte wirklich so große Angst für sie und habe es ehrlich gesagt immer noch, weil ich noch kein Update von dieser Frau gehört habe. Diese Frau, die bislang nicht identifiziert worden ist, sie studiert an der renommierten Assad-Universität im Iran. Da gab es Sicherheitsleute, die sie wegen ihrem Kleidungsstil kritisiert haben. Sie hatte dann die Schnauze so voll, dass sie einfach ihre Klamotten komplett vor der Universität, vor ihrer Universität, das ist das Video, was ihr seht, hat sie sich einfach vor ihrer Universität ausgezogen und am Ende blieb sie einfach nur in ihrem BH und in ihrem Slip und läuft mit verschränkten Armen durch die Gegend, um zu protestieren. Es gibt ein Studentenportal für jeweilige Universitäten. Diese Universität hat ein Studentenportal, das nennt sich Amir Kabir, wo das erstmal veröffentlicht worden ist. Und dann hat man diesen Post genommen und überall auf verschiedenen Webseiten veröffentlicht. Deswegen ist es erst viral gegangen. Hier lese ich euch einen kleinen Abschnitt vor. Weitere Bilder zeigen, wie die junge Frau von Männern im Zivil ein Auto gezerrt wird. Nach Angaben von Amir Kabir wurde die Studentin, deren Identität nicht preisgegeben. Und sie wurde bei der Festnahme geschlagen. Laut einem iranischen Studierendenverband soll die Frau in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden sein. Als sie Amnesty International von diesem Video mitbekommen hat, falls ihr nicht wisst, wer oder was die Amnesty International ist, sie setzen sich ganz speziell für Menschenrechte ein. Es ist einfach eine Menschenrechtsorganisation und sie finanzieren sich hauptsächlich von Spenden. Die Amnesty International forderte auf X, die Behörden müsste die junge Frau sofort und bedingungslos freilassen. Die Vorwürfe von Schlägen und zersteller Gewalt bei ihrer Festnahme müssten unabhängig und unparteiisch untersucht werden, fügte die Organisation zu. Ich denke, ehrlich gesagt, jedem ist klar, was an der Stelle passieren könnte. Ich habe echt große Sorge, dass sie nicht lebt oder sie wirklich schlimme, schlimme Sachen erleben musste, aufgrund dessen, dass sie sich halt einfach nackt ausgezogen hat. Genau deswegen, weil man sie jetzt in eine psychiatrische Klinik eingewiesen hat, denken Leute, ja, sie ist crazy, deswegen hat sie sich ausgezogen. Nein, Freunde, eigentlich möchte sie einfach nur freibestimmend leben. Nur deswegen wurde sie in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Diese Frau ist nicht verrückt. Das ist nicht der einzige Kommentar, den ich lese. Ich lese auch nur Kommentare, ja, wie kann man das nur als Frau tun, sich da nackt ausziehen und bla bla bla. Wenn ich sowas lese, macht mich das wirklich wütend. Ihr habt gar keine Ahnung, wie viel Mut dazu gehört, so einen Schritt zu wagen. Das, was sie tut, ist unfassbar mutig. Solche Frauen, die sich dafür einsetzen, dass sie endlich so leben dürfen, wie sie wollen und nicht, wie es ihnen vorgeschrieben wird. Auch wenn einige sagen, warum macht man denn sowas, da wird man doch jetzt nichts ändern. Du wirst vielleicht in dieser Generation nichts ändern können, richtig? Aber vielleicht für die übernächste Generation wirst du versuchen, den Weg für deine Enkelkinder leichter zu machen. Und es muss irgendwo anfangen. Es muss irgendwo anfangen, leider. Der Iran war nicht immer so, liebe Freunde. Ich habe dazu mal ein Video gemacht in meiner Vergangenheit. Schaut euch das gerne an. Das ist fast zwei Jahre alt, wenn ihr ein bisschen mehr darüber erfahren wollt. Und ansonsten, ich würde sagen, ich hoffe, ich konnte aufklären und ich würde das Video jetzt an der Stelle beenden. Wir sehen uns ganz bald wieder zu meinem nächsten Video. Ciao.